ja hallo freunde heute noch mal ganz kurz mit ein paar tipps und zwar aufgrund vieler kommentare auf das video hier wie man ein usb stick oder speicherkarte formatieren kann wenn die sich nicht mehr formatieren lässt beziehungsweise eine mögliche lösung ja aufgrund viele kommentare hier also bei vielen hat funktioniert das freut mich bei manchen leider nicht das tut mir nun leid ich möchte noch mal ganz kurz an der stelle betonen dass wenn wie gesagt die zählen auf der speicherkarte auf dem flash speicher defekt sind und nicht mehr beschreiben dann funktioniert das hier leider auch nicht mehr man kann den stick noch benutzen um die daten vielleicht da zu lesen aber man kann das nicht mehr schreiben ja keine daten mehr darauf speichern und auch nicht löschen da das löschvorgang eigentlich auch ein schreibvorgang ist was ihn noch mal machen könnte hier war noch irgendwo ein hinweis in den kommentare dass ich jetzt leider nicht mehr finde dass es bei jemand mit rufus funktioniert hat also da hatte das gleiche problem hier irgendwie und bei ihm hat das mit rufus funktioniert das ist auch ein kleines kostenloses programm hier aus ich habe da auch ein tutorial darüber gemacht und zwar wie man ein bootable disk stellen kann mit rufus man kann natürlich auch das disk formatieren hier stelle für den tipp was ich euch heute aber zeigen möchte ist hier ein kleines programm und zwar check flash nennt sich das das ist auch ein kleines kostenloses tool hier kann man sich ja wenn ihr eine suchmaschine eure wahl benutzt werdet ihr da bestimmt fündig ich werde auch noch mal ein download link ja hier in der beschreibung in der beschreibung hinterlassen das ist eine kleine zip datei hier während packen das ich habe das jetzt schon gemacht sieht hier so aus hier ist noch mal eine kleine erklärung hier mit ein paar optionen und beschreibung das konnte euch dann in ruhe durchschließen ich starte jetzt mal das programm hier die exe datei das sieht dann so aus ja hier drei hier wählen wir unsere disk unserer usb hier oder flash speicher aus ich nehme mal das hier jetzt hier können wir ruhig just temporary file lassen hier haben wir action type schreiben und lesen test ja hier lasse ich jetzt mal small partner das reicht jetzt für uns hier einmal die test länger ja so einmal voll durch wer viel viel zeit hat kann hier einmal auf burn it klicken aber oder manuell auswählen wie viel cycles hier haben oder wer sich dafür fehlermeldungen interessiert und wie kann hier bis zum scannen lassen und sobald ein fehler gefunden wird dann stoppt ja der test und kann man hier irgendwie in den log files nachschauen hier ist noch mal eine legende ja mit dem erklärung der farben hier wenn wir nachher starten ich habe das jetzt mein usb stick hier ausgewählt und ich mache mal hier schreiben und lesen temporary ok und einmal voll durch ich starte jetzt mal den test man kann damit übrigens auch die schreibgeschwindigkeit und lesegeschwindigkeit testen und auch natürlich wir werden gleich sehen ich habe hier defekten usb stick hier gefunden irgendwie zu hand aber damit könnt ihr wie gesagt noch mal testen ob wenn hier rote blöcke erscheinen dann wisst ihr das ja die zählen da nicht mehr in ordnung sind und da funktioniert ja kann man das natürlich nicht mehr formatieren oder dateien löschen hier haben wir nochmal mit geld logical data physical data hier ist einmal schreiben einmal verifiziert lesen und untoucht hier das sieht dann so aus das dauert das dauert jetzt ein bisschen natürlich je nach ja große des sticks ich habe ich weiß gar nicht ich denke ein vier gigabyte stick hier kann man mal die das schreibt jetzt ja wir sehen dass hier er schreibt jetzt machen test durch hier man kann hier die geschwindigkeit sehen das ist jetzt hier nicht sehr schnell ist ein ältere stick um die die schreibgeschwindigkeit hier man kann hier sehen wie lange das noch in etwa dauert 37 sekunden hier danach macht ihr hier nochmal ein lesetest ich werde da mal an der stelle vielleicht ein bisschen ja pause machen damit das video jetzt hier nicht unendlich lang dauert das ist jetzt auch nicht so interessant hier und kommen gleich wieder wenn das jetzt einmal durch ist bis gleich so der schreibtest ist jetzt hier gleich durch beziehungsweise ist jetzt schon durch und jetzt beginnt er hier mit dem lesetest jetzt nochmal lesen das geht natürlich ein bisschen schneller hier bis jetzt alles grün hat noch nichts gefunden ja ich werde jetzt dann nochmal kurz kurze pause machen hier bis es jetzt hier durch ist und kommen dann nochmal gleich wieder wenn das durch ist ja der lesetest ist jetzt bei mir auch gleich durch schon durch bei mir sieht jetzt hier zum glück alles gut aus alles im grünen bereich alle blöcke sind ja grün beziehungsweise ich habe keinen roten jetzt macht er hier nochmal durchgang hier mit schreiben ich denke ich kann jetzt an der stelle abbrechen das sollte jetzt nur noch mal für euch so als vielleicht kleiner tipp wenn das andere nicht funktioniert mit dem formatieren vielleicht dass ihr auch überprüfen könnt ob hier keine ja die zählen noch in ordnung sind und keine ja physikalische probleme gibt es sozusagen ja dann hilft alles nicht dann braucht ihr einfach einen neuen stick mir kosten auch nichts mehr heutzutage hier wird dann zum schluss nochmal einen kurzen bericht erscheinen die logs hier und ja das war es eigentlich auch schon alles ich denke ich muss das jetzt hier nicht durchlaufen lassen bis zum ende und ja ich hoffe ich konnte euch damit noch ein bisschen ja helfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen ein like oder abo darüber freue ich mich natürlich auch und ja bis zum nächsten mal das aber als administrator ja und dann ja können wir mit dem netbefehl unseren also den hosted modus aktivieren sozusagen ja das machen wir ja in dem wir hier einfach nicht leerzeichen wlan set hosted modus hosted network natürlich hosted network na mode mode hello dann geben wir uns einen namen hier für unseren hotspot die ssid das können wir frei wählen ich nenne das jetzt mal einfach hotspot und natürlich ein passwort äh passwort 123 und enter wenn das funktioniert authentifizieren nicht mit